Es ist endlich wieder HAUNO ROCK. Was denkst du, was fühlst du? Eigentlich unbeschreiblich. Man ist zwar müde vom Aufbauen, aber jetzt, wenn die Leute alle da sind, es geht endlich wieder los. Da fühlt man sich, ich weiß nicht, als hätte ich zehn Packungen Brügel gedrucken können. Power ohne Ende. Wir haben eigentlich den ganzen Platz rumgedreht. Und zwar haben wir die Bühne auf die andere Seite gesetzt, sodass wir das Backstage in die Fischsteige machen können. Und nach den paar Jahren Regen, die wir schon hatten, haben wir halt gemerkt, wir wollen mal mit trockenem Fuß auf die Bühne kommen. Und da, wo wir vor das Backstage hatten, war dann immer eine Schlammschlacht. Samstagabend ist das Highlight des Matzen. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Wir haben heute Abend Mr. Irish Bastard. Massendeffekt ist eigentlich das Line-Up für unsere Verhältnisse der absolute Oberhammer. Maar heute Abend ist nur für die Rode. Ja. Das ground wird hier überdruckt. Chiste, Platzer und Schlacht überdruckt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020